Moin Leute, heute bin ich in Frankfurt am Main am neu errichteten Goethe-Turm. Der ist hier im Jahr 2017 komplett abgebrannt wegen Brandstiftung und danach haben sie ihn wieder komplett neu aufgebaut und er erstrahlt im neuen Glanz. Deswegen gehe ich jetzt mal hoch und schauen wir mal die Aussicht von oben an. Viel Spaß! Musik 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 Und Ademst du auch? Ja ok Willst du mal durch? Danke Danke Oh ja 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 So Jetzt einmal hochgegangen Ganz schön windig hier oben Aber man hat eine schöne Aussicht auf die Innenstadt Und auch auf die umliegende Landschaft Oh ja 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 Oh ja